Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir mal wirklich klären, ob die Weasleys eigentlich so arm sind. Arm ist ja sowieso immer so ein sehr schwieriger Begriff, aber es wird halt immer sehr stark suggeriert, dass die Weasleys halt wirklich gar kein Geld haben. Und man sieht halt teilweise auch dann die Relation zu Harry, der, naja, sehr vermögend ist und was dann auch teilweise so ein bisschen negativ auffällt, da er deutlich, deutlich mehr Geschenke bekommt wie einen neuen Besen zum Beispiel, den er sich auch locker leisten könnte. Und Ron muss dann mit so einem gebrochenen, übernommenen Zauberstab romantieren und setzt sich dann auch selbst und anderen einem sehr großen Risiko aus. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat, weil ganz ehrlich, es hat ja schon so angefangen, dass Harry direkt erstmal auch Geschenke bekommen hat, wie Hedwig zum Beispiel, dann eben ein Besen von McGonagall, ein Besen von Sirius und so weiter und so fort und er hätte keine Probleme gehabt, sich das alles leisten zu können. Klar hat er dann mal ein paar Süßigkeiten spendiert, aber so all in all ist das schon vom Kontrast her so ein bisschen mies gewesen, muss ich sagen. Aber gut, es waren halt auch irgendwo noch Kinder und deswegen ist das irgendwo legitim und Ron ist ja nicht gerade ein missgünstiger Charakter, deswegen ist das nachvollziehbar. Und man muss ja auch sagen, später dann hat Harry den Gewinn des Trimagischen Turniers genommen und Fred und George damit zu unterstützen, damit sie ihren Shop aufmachen können, was ja auch eine sehr, sehr gute Tat war. All in all ist es wie gesagt ein bisschen schwierig zu sagen, ob die VCs wirklich arm sind per Definition. Stellen wir uns mal das reguläre Szenario einfach ganz genau vor. Wir wissen, Arthur ist berufstätig und hat noch einen relativ guten Job. Er hat eine hohe Position im Ministerium und ist natürlich auch relativ gut angesehen. Ich weiß, dass es in dem Film zum Beispiel nicht so rüberkam, aber im vierten Teil gab es so eine Szene, die ich bis heute nicht ganz nachvollziehen kann, nämlich die Begegnung mit Malfoy, wo extra nochmal darauf hingewiesen wurde, dass sie ja in der Minister-Lounge sitzen auf direkte Einladung von Cornelius Fudge und das war ja so ein bisschen mit Prahlerei verbunden, woraufhin halt dann auch suggeriert wurde, dass die VCs halt sehr schlechte Plätze haben, nach dem Motto, wenn es regnet, spürt ihr es als erstes. Das war irgendwo wieder mal so eine Filmsache, die nicht ganz zutreffend ist und mit nicht ganz meine ich überhaupt nicht. Tatsächlich, aufgrund dessen, dass Arthur ja auch eben für das Ministerium arbeitet, hat er ja auch diese guten Plätze eben in der Minister-Lounge. So ist ja überhaupt erst Party-Watch Junior unter dem Tarnumhang an Harrys Zauberstab gekommen, aber das ist dann auch eher nochmal eine andere Storyline. Aber gut, so oder so war das so ein bisschen komisch, das nochmal da extra zu erwähnen und ich habe auch das Gefühl, dass die Filme das so ein bisschen überspitzt dargestellt haben, wie die meisten Sachen, unter anderem, dass One Total der Feigling ist, was auch nicht so ganz stimmt, er ist jetzt nicht der Allermutigste von Anfang an gewesen, aber er ist jetzt kein extremer Feigling à la Peter Pettigrew. Er hat in den richtigen Momenten schon immer Mut bewiesen und das ist auch mit sehr viel Tapferkeit und mit sehr viel Ergebenheit verbunden gewesen. Finde ich ein bisschen schade, dass die Filme das so interpretiert haben, aber dazu habe ich auch schon mal was gemacht. So oder so, wie gesagt, das ist trotzdem ein schwieriges Szenario. Wir wissen, die VCs sind per Definition Abu-Chaka-Klan-mäßig eine Großfamilie. Und allein diese Großfamilie zu versorgen, ist schon mal extrem schwierig. Und man muss hier auch ein bisschen differenzieren. Ganz so arm sind sie nicht. Sie sind halt nur selbstversorgend und sie sind auch sehr sparsam. Einerseits kann man ja auch sagen, sie haben ja den Urlaub dann gemacht in Ägypten, wo sie halt dann unbedingt mit der Familie zusammen sein wollten und das ist auch vollkommen verständlich. Und hierbei hat man halt dann einfach kalkuliert. Natürlich ist es halt dann einfach, dass zum Beispiel jüngere Geschwister die Bücher oder die Umhänge oder sonst irgendwas von ihren Elterngeschwistern übernehmen. Und das ist halt einfach so eine gute Kalkulation gewesen. Wirklich arm ist es schwierig, aber wenn du so viele Kinder hast und dann auch ein großes Haus hast und jedes dieser Kinder versorgen muss, ist das sowieso schon eine extrem schwierige Leistung. Deswegen finde ich das so ein bisschen zu extrem dargestellt, dass sie halt immer komplett arm waren, sonst hätten sie gar nichts. Wobei man ja sagen muss, Hafer war berufstätig, hat einen guten Job gehabt und Molly war eine extrem gute Haushälterin, hat sich um alles gekümmert, hat dann auch vieles selber gemacht und wie gesagt, sie sind auch sehr selbstversorgend. Dann eben auch mal irgendwie einen Mantel gestrickt oder einen Schal oder sonst irgendwas und die haben auch immer sehr gut kalkuliert und konnten sich halt dann auch entsprechend den Urlaub leisten. Und die Gesamtkalkulation darf man halt auch nicht vergessen. Diese ganzen Utensilien, wie diese ganzen neuen Schulbücher und so weiter und so fort, das ist halt alles unfassbar teuer. Und wenn du das nicht nur einmal kaufen musst, sondern irgendwie fünf bis sieben Mal kaufen musst, in verschiedenen Zeitabständen mit verschiedenen Erneuerungen, damit auch die jungen Leute halt dann vorankamen, ist es halt nochmal eine extrem schwierige Sache. Deswegen muss man ganz klar sagen, ja, sie sind schon nicht gerade vermögend, aber es ist halt einfach eine relativ normale mittelständige Familie, die halt in einer Großfamilienstruktur ist. Und ich bezweifle, dass es da solche Vergütungen wie Kindergeld in dieser Zauberergemeinschaft gibt. Deswegen muss man halt einfach für sich selbst sorgen und muss halt irgendwie klarkommen. Aber dafür, dass sie eigentlich vermeintlich so arm sind, haben sie ja immer ein sehr großes Haus irgendwie, wo die meisten auch eigene Zimmer hatten. Und sie haben auch immer genug auf dem Tisch gehabt, also genug Essen gehabt. Sie konnten sich versorgen, sie hatten genug Klamotten. Sie kamen ja irgendwo zurecht. Und das ist dann auch wieder das, was man da den Kontrast sieht. Klar, jetzt wenn man zum Beispiel den Malfoy dann eben nimmt, dann hat man hier extrem protzigen Reichtum und den er auch gerne mal ausstrahlt. Harry im Kontrast hat zum Beispiel auch ein sehr großes Vermögen, aber strahlt das halt auch in keinster Weise aus. Deswegen ist es, glaube ich, einfach der Kontrast, der das so extrem darstellt. Aber das sind total die Alltagsprobleme. Ich meine, allein in unserer Gesellschaft gibt es genügend Familien, die sich mit genau solchen Sachen rumschlagen müssen und die dann genau die Probleme haben, irgendwie für die neuesten Sachen zu sorgen, sei es ein Laptop oder sonst irgendwas, um denen nachzukommen, was halt teilweise auch dann vom Bildesministerium verlangt wird, ohne dass man da genügend Geld investiert. Ich will nicht zu weit abtwiften, ihr wisst, was ich meine. So oder so muss man hier ganz klar all in all sagen, ja, sie haben jetzt nicht so viel Geld, aber aufgrund dieser Familienstrukturen, aufgrund dessen, dass sie eben so viele sind, wirkt das noch ein bisschen krasser. Und diese Probleme, die sie haben, das sind keine Probleme von generell sehr armen Leuten, das fängt schon im Mittelstand an. Deswegen muss man hier ganz klar sagen, nein, so arm sind sie wirklich nicht. Sie sind nicht reich, auf keinen Fall, aber sie kalkulieren gut, sie können Urlaub machen, ihre Kinder sind versorgt, sie haben genug zu essen, sie haben immer ein großes Haus gehabt. Und deswegen finde ich, Armut ist hier ein bisschen zu extrem dargestellt, um damit die Wiesis zu beschreiben, gerade weil der Kontrast halt so ein bisschen mehr ausschlaggebend macht, finde ich. Aber gut, was sagt ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ansonsten war es das von mir. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017